Willkommen zurück zu SFS bauen. Ich habe eine neue Rakete und zwar die Atlantis 6. Wie ihr schon gesehen habt, ist sie recht schmal. Wir benutzen hier diese sechs breiten Tanks. Sie kann, also die V1, kann 45 Tonnen in einen Erdorbit bringen, wiegt etwa ein halbmal so viel wie die Atlantis 3 und kann dreiviertelmal so viel in den Erdorbit bringen. Ist also schon recht gut. Aber wir haben noch einmal die Atlantis 6 V2. Die ist dann nochmal einiges leichter, kann aber nochmal 5 Tonnen mehr in einen Erdorbit bringen. Ist also sehr viel besser. Und ihr werdet das jetzt wahrscheinlich schon öfter sehen, also in den nächsten paar Videos werde ich die wahrscheinlich auch schon zeigen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt beim Basisbau in Colony, aber danach so, wenn wir irgendwie Treibstoff dorthin bringen, da braucht man ja keine riesengroßen Nutzlastverkleidung. Da kann man auch schnell mal eine etwas kleinere Rakete in einen Erdorbit schicken. Ich würde sagen, genug geredet. Fangen wir an mit dem Bau. Zuerst mal brauchen wir ein Triebwerk. Ein Titantriebwerk, ein einzelnes und das war's schon. Dann gehen wir wieder zu den Tanks. Wir nehmen den größten Tank, also das sind die sechs breiten Tanks, und nehmen von dem größten drei Stück. Dann brauchen wir zwei Separatoren. Die packen wir so hin. Und den unteren drehen wir einfach um. Dann nehmen wir uns eine Sonde, packen hier rein. Wir machen hier unten den Symmetrie-Modus an und nehmen ein kleines Landebein. Die großen würden dann beim Einfahren noch hier rausschauen. Deshalb müssen wir die kleinen nehmen. Dann kommt noch ein einzelnes strukturelles Teil dahin. Dann haben wir es auch fast. Wir brauchen jetzt nur noch RCS-Düsen und die richtigen Landebeine. Wir benutzen drei RCS-Düsen. Die unterste RCS-Düse ist auf dieser Nahtstelle zwischen den beiden Tanks. Und ansonsten immer mit zwei Feldern Abstand arbeitet ihr euch nach oben. Jetzt brauchen wir Landebeine. Da können wir schon mal die kleinen hinpacken. Nehmen wir strukturelle Teile, nehmen ein Vierer und ein Einser. Und packen das halt hier direkt neben die Düse, äh, neben das Triebwerk. Dann noch die kleine aerodynamische Abdeckung. Und dann haben wir auch schon die erste Stufe fertig. Wir werden das natürlich noch einfärben. Ähm, wir wählen dazu natürlich alles einmal aus. Machen das silber oder metallisch. Und dann den unteren Tank hier noch zur Hälfte, äh, so mit Linien. Ihr kennt das ja auch von den anderen. Das mach ich immer so. Sieht ganz gut aus. So. Zweite Stufe. Nehmen wir ein Frontiertriebwerk. Und es war auch wieder nur eins. Und wieder einen von den größten Tanks. Ja, ist ein bisschen sehr viel. Ähm, das hat sich dann auch in der Atlantis 2, äh, Atlantis 6v2 geändert. Ich habe dann einiges davon weggenommen. Wieder hier die beiden Separatoren. Den untersten nach unten spiegeln. Dann wieder eine Sonde. Und wieder die Landebeine. So. Wieder strukturelle Teile. So. Dann nehmen wir die großen Landebeine. Packen die hier hin. Und die RCS-Düsen ganz in die Mitte vom Tank. Das seht ihr ja, da hört zur Hälfte. Diese, hören diese Linien auf. Dann ist das auf jeden Fall in Ordnung. So. Machen wir es auch noch silber. Und dann packen wir noch die Nutzlastverkleidung drauf. Die könnte man natürlich auch erweitern. Aber ich mache jetzt einfach die einfache Sechserbreite. Gut, da haben wir es. Ähm, schauen wir uns das einfach mal an. Einfach mal anschauen. Oh ja, ich habe die Nutzlastverkleidung vergessen. Natürlich. Das ist natürlich nicht so hübsch. Machen wir auch noch schnell Silber. Und da haben wir es. Fahren wir auch mal ein. Und hier haben wir die Atlant 6 V1. Das sind wir auch wieder im Editor. Und jetzt verwandeln wir das einfach wieder in die V2. Dazu nehmen wir natürlich den Tank hier weg. Der ist total übertrieben. Und nehmen hier diese mittleren Tanks. Also die Sechser. Sechs mal sechs Tanks. Und zwar zwei Stück. Ihr seht schon, das wird einiges weniger. Wir haben hier vier Felder weniger an Treibstoff. Und markieren wir einfach alles. Und schieben das auf die Tanks drauf. Komm schon. So. Und dann bemalen wir das wieder in Metallic. In Metallic. Und den unteren Tank machen wir komplett mit Linien. Und dann haben wir auch schon die Atlantis 6 V2. Wir müssen jetzt hier ein bisschen erweitern. Für den Test. Um euch zu zeigen, wie das Ding fliegt und so. Müssen wir das hier um dieses eine Feld erweitern. Dann nehmen wir uns ein Sechser Tank. Hier haben wir 30 Tonnen Treibstoff. Und hier haben wir 15 Tonnen Treibstoff. Das heißt, wir haben schon 45. Und dann nehmen wir uns einfach noch einen 5 Tonnen Treibstoff Tank. Und weil es sich sonst verbinden würde, machen wir da so ein strukturelles Teil dazwischen. Oder wir könnten auch so machen. Ja. Okay. Los geht's. Fliegen wir. Natürlich wie bei jeder Rakete hier die Landebeine ausfahren. So dass sie nicht mehr im Weg sind. Keinen Luftwiderstand erzeugen. Trittwerk an. Schub auf 100. Und an. Da sind wir auch schon in der Luft. Wir heben ab. Und sind auf dem Weg in Richtung Weltraum. Mit 50 Tonnen Nutzlast werden auch sofort anfangen uns zu drehen. Selbst bei den 5 Grad schon. Und werden weitermachen bis so 35 bis 40 Grad so. Kommt natürlich ganz drauf an, wieviel ihr an Nutzlast mitbringt. Und dann gehen wir auch weiter bis zu 20 natürlich. Und weiter bis zu 30. So, da haben wir auch schon 30. Und dann gehen wir auch mal weiter bis zu 35. Und immer mal wieder ein bisschen nachkorrigieren. Immer mal wieder drauf schauen. Und dann fliegen wir einfach weiter. Bis wir nur noch 10% an Treibstoff haben. wieder ein bisschen korrigieren. Das passiert immer mal wieder. So, wir sind gleich mit unserem höchsten Punkt im Weltraum. 3, 2, 1, Stopp. Hier einmal, ja, den Separator aktivieren, die Düse aktivieren und drehen. Ein bisschen zu viel, aber okay. So, und dann wechseln wir mal schnell hier hin. Und wir machen noch nichts weiter. Wir drehen das nur. Nur drehen. Nur drehen. Nur drehen. Einfach nur drehen. So. Und dann die Landebeine ausfahren. Wir werden eh noch bis zum höchsten Punkt warten. Der ist auch natürlich gleich erreicht. Aber trotzdem werden wir einfach warten. Hier können wir die Nutzlastverkleidung entfernen. Und dann haben wir auch schon fast 1 km pro Sekunde an Geschwindigkeit. Jetzt wechseln wir zurück. Und geben hier Gas gegen die Flugrichtung. Bis wir nur noch 5% haben. Dann komm schon. So. Und drehen uns wieder in etwa gegen die Flugrichtung. Und wechseln zur zweiten Stufe. Wenn es nicht beim ersten Mal klappt, versucht es einfach nochmal. Ansonsten weiß ich nicht, was ihr machen könnt. Ja, also ich habe es auch schon mehrmals versucht. Ich habe auch ein paar Mal gefehlt. Jetzt gerade nicht. Aber davor schon beim Entwickeln und so weiter. Muss man sich erst an alles einmal gewöhnen. So. Wir haben schon fast 1500 Meter pro Sekunde. Wir haben den höchsten Punkt erreicht. So. 1600 Meter pro Sekunde. Und jetzt haben wir den Erdorbit schnell zurück wechseln. Wir sind nämlich schon in recht tiefer Atmosphäre. Und wir müssen rechtzeitig langsamer werden. Schub machen wir etwa so auf 20, 15 bis 20. Je nachdem wie früh ihr dran seid. Und wir sind immer noch recht schnell. Aber keine Sorge, das klappt schon. Bei 1 Kilometer Düse zünden. RCS Düsen an und Landebeine raus. Schub rausnehmen ein bisschen. Bisschen mehr Schub wieder. Und dann. Perfekt. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Haben es gelandet. Fast 2% Treibstoff. Sehr schön. Und hier wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wir werden das erstmal abmachen. Die Landebeine ausfahren. RCS Düsen an. Und einmal umdrehen. Ganz kurz Schub geben. Bis knapp unter 1600 Meter. Und dann cheaten wir wieder ein bisschen. Bis wir ganz tief in der Atmosphäre sind. Ich glaube jetzt. Jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja. 6 Kilometer. Wir trennen uns natürlich wie verrückt. Einfach mit. Einfach ohne RCS Düsen. Einfach gegensteuern. Klappt das schon. Ihr seht. Schon verlangsamt. So. Wir werden auch hier etwa 20% an Schub brauchen. Und wir haben auch noch 5%. Also wir werden es locker schaffen. Wir können auch noch ein bisschen rauszoomen. Und hier ein bisschen reinzoomen. Wir werden etwa zwischen zwei kleinen Hügeln landen. So. Auch noch wieder warten bis 1 Kilometer. Und zünden. Kleine Beine raus. Und dann schön rauszoomen. Ja. Wir können sogar ein bisschen weniger Schub nehmen. So. Das sollte auf jeden Fall klappen. Wieder ein bisschen mehr Schub. Und hier haben wir es auch geschafft. Mit 1,2%. Bisschen weniger. Aber trotzdem sehr gut. Und hier haben wir die 50 Tonnen in Orbit gebracht. Da haben wir die, äh, hier haben wir die erste Stufe. Nein, das war die zweite. Hier haben wir die erste Stufe. Und da haben wir die zweite Stufe. Das war ein voller Erfolg. Und Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.